Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es weiter mit dem Fuzzy K-Means. Ich habe schon mal ein bisschen was für euch vorbereitet. Der Algorithmus stimmt so noch nicht, den passen wir aber gleich noch an. Das ist im Prinzip aktuell der von letztem Mal, nämlich dem normalen K-Means-Algorithmus. Warum jetzt also Fuzzy? Fuzzy bedeutet, wir sagen nicht eindeutig, ein Punkt gehört zu einer Klasse oder nicht, sondern wir sagen, ein Punkt gehört mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Klasse. Das heißt, wir sagen nicht eindeutig, okay, das ist jetzt Label J, sondern wir sagen, es ist wahrscheinlich Label J, aber vielleicht mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit auch Label J plus 1 oder sowas. Gut, und was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir berechnen immer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Punkt XI zur Klasse XJ gehört. Warum steht es so da? Die Wahrscheinlichkeit, also P steht für Wahrscheinlichkeit, davon, dass XJ, also dass die Klasse XJ die Klasse ist, die wir suchen, also J das Label ist, gegeben den Datenpunkt XI. So sieht das Ganze aus. Also spricht man das Ganze und ja, wie man das Ganze berechnet, habe ich euch mal vorbereitet und zwar hier in dieser wunderschönen, wunderhässlichen Formel. Nicht erschrecken, die sieht nur so schlimm aus, ist in Wirklichkeit eigentlich ganz handzaum. Genau, hier haben wir mal wieder unsere Distanz, also den Abstand von unserem Punkt XI zu dem Mittelpunkt von XJ, also dem Zentrum CJ sozusagen. Okay, 1 durch den Abstand, damit weit entfernte Punkte sehr, sehr wenig in die Berechnung eingehen. 1 durch was Hohes ist was Kleines und 1 durch was Kleines ist eher was Großes. Das heißt, Nahepunkte haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, während weit entfernte Punkte haben eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit. Und dann haben wir hier sogar noch einen Faktor, der sagt uns dann, wie stark gehen weit entfernte Punkte überhaupt noch ein. Also ihr erinnert euch vielleicht noch, 1 durch, sagen wir mal, 1 halb hoch 5, ja. 1 halb hoch 5 ist was sehr, sehr Kleines, nämlich 1 durch 2 hoch 5, was glaube ich 1 durch 32 ist, also deutlich kleiner. Ja, und um dieses B jetzt irgendwie, um diesen Faktor hier möglichst auszugleichen, kann man jetzt dieses B eben anpassen. Warum diese Schreibweise? Damit wir es nachher leichter haben in unserem eigentlichen Algorithmus. Okay, so und hier unten machen wir jetzt folgendes, eine Wahrscheinlichkeit befindet sich immer in Zahlen zwischen einschließlich 0 und 1. 1 bedeutet zu 100% innerhalb der Klasse und 0 bedeutet zu 0%, also auf gar keinen Fall in der Klasse drin. Diese Zahl hier muss jetzt aber nicht unbedingt zwischen 0 und 1 liegen. Sagen wir mal, die Distanz ist 0,001, ja. Dann haben wir hier insgesamt den Kehrwert von 0,001, was dann, wenn ich mich nicht verzählt habe, was die Nullen angeht, 100 ist. Und 100 hoch, keine Ahnung, 100 hoch 0,2 oder 100 hoch 5 oder wie auch immer man dieses B wählt, auf jeden Fall ist 100 hoch irgendwas häufig über 0, äh, über 1. Und deswegen muss man das Ganze normalisieren. Deswegen summieren wir hier alle diese ganzen Faktoren hier auf und, ähm, ja, wirklich einfach für jedes Zentrum, also den Abstand von dem Punkt zu jedem Zentrum hier nehmen, genau hoch dieses 1 durch B-1. Und insgesamt haben wir natürlich eine Wahrscheinlichkeit von 1. Hier unten muss 1, äh, insgesamt, insgesamt über diese Wahrscheinlichkeiten hier soll 1 rauskommen. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass Xi zu allen Klassen gehört, ist 1. Also es muss zu irgendeiner Klasse gehören. Und, ähm, deswegen, wie gesagt, sollten die, wenn man hier alle Zentren eingibt, also C1 bis CK, und dann sagt, okay, P von C1 gegeben Xi plus P von C2 gegeben Xi und so weiter und so fort, das muss dann 1 ergeben. Und das kriegen wir eben hin, indem wir den Teil hier durch das hier teilen. Okay, so kommen wir dann auf diese wunderbare Wahrscheinlichkeit hier. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir das hier noch irgendwie in unserem Algorithmus verwursten. Und das machen wir hier. Wir können unsere C, J nicht mehr genau gleich berechnen. Also die Xi, die Wahrscheinlichkeit, dass die zu einer Klasse gehören, ähm, die kann natürlich bleiben. Die ist jetzt gerade richtig berechnet worden. Aber jetzt müssen wir noch irgendwie schauen, dass wir die Xi hier anders berechnen. Und zwar können wir jetzt nicht mehr einfach sagen, wir nehmen nur die Gelabelten, äh, die zu unserem, ähm, zu unserer Klasse gehören, also zu unserer Klasse C, J. Wir gehen hier, wie gesagt, immer über alle C, J drüber. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Wir berechnen hier in dem Schritt einfach, berechne alle P von X, J gegeben Xi. So, also wir berechnen sozusagen einfach mal alle und speichern die uns zwischen. Und mit denen können wir jetzt hier arbeiten. Jetzt haben wir sozusagen nicht mehr ein Label gegeben, sondern wir haben eine Wahrscheinlichkeit, dass es zu der Klasse dazugehört. Und jetzt sagen wir hier, wir müssen über alle Punkte summieren, denn alle Punkte haben ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Klasse J gehören. Sei es auch 0,001, der Punkt muss trotzdem betrachtet werden. Und das machen wir eben jetzt hier. Wir summieren über alle Xi, aber nur mit der Wahrscheinlichkeit P von X, J mal X, äh, gegeben Xi, hoch B. Damit wir eben dieses B wieder rausbekommen und das wieder schön normiert wird hier. So, warum muss ich jetzt hier hinten noch mal, das ist im Prinzip mal, was hier steht, aber unten, also Vorsicht, das steht nicht im Exponenten, P von X, J, Xi, hoch B und das Ganze mal Xi. Naja, hier kommt eine gewisse, wow, was ist jetzt passiert? Hier kommt eine gewisse Zahl raus, bei dieser Wahrscheinlichkeit, aber hier hinten kommt ein Vektor raus. Das heißt, eine Zahl im Raum, eine Zahl im Raum hoch 2, zum Beispiel, wenn wir an die Daten denken, die wir bisher immer betrachtet haben. Das waren ja immer solche Punkte im Zweidimensionalen. Und das bedeutet, unsere Zentren sind aber auch zweidimensional, während das hier ist ja nur eindimensional. Es ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit, sprich eine Zahl zwischen 0 und 1. Hoch B ist auch noch eine Wahrscheinlichkeit, äh, ist auch noch eine Zahl zwischen 0 und 1. Ja, und damit wir das eben hinkriegen, damit das ganze C, J wieder ein Punkt im Raum ist, sagen wir, wir multiplizieren noch diesen Punkt Xi hinten drauf. Das ist natürlich dann auch gleichzeitig noch der Faktor, ähm, wo sich dann unser Punkt mal befindet. Okay, schauen wir uns noch den Faktor an, durch den wir teilen müssen. Da summieren wir auch wieder über alle, genau das hier. Und teilen insgesamt dann nochmal. Also Summe über alle P von dem hier. Ähm, und dieses C, J teilen wir durch das. Jetzt könnt ihr vielleicht denken, warum machen wir erst eine Multiplikation und dann teilen wir wieder. Vorsicht, wenn wir hier das hier so machen, ähm, dann steht hier im Prinzip in der oberen Zeile, ähm, P von, sagen wir mal, wir haben J als 1 gewählt, also P von X1 gegeben, Datenpunkt 1 hoch B mal X1. Plus, ich schreibe das, glaube ich, gerade mal auf. Ähm, am besten kopiere ich mir den Teil. So, für, für die Klasse 1 jetzt nur gesehen, also sagen wir hier, Daten, äh, Klasse 1 gegeben, Datenpunkt 1 mal, ja genau, das hier. Plus, und jetzt nochmal genau dasselbe, nur für den zweiten Datenpunkt hier. So, und jetzt erkennt ihr schon, warum man nicht durch das Teilen darf. Rein mathematisch gesehen kommt dabei was anderes raus, denn, wie gesagt, aus Summen darf man nicht kürzen und deswegen darf man hier auch nicht kürzen. Rein rechnerisch gesehen passiert auch was anderes. Mit dem Faktor hier, also geteilt durch P von dem hier, normiert ihr das Ganze wieder, wohingegen ihr das hier benutzt, um die XI, also die Koordinaten von unserem Vektor, von unserem Datenpunkt hier, ähm, um die zu strecken. Das heißt, da passiert auch einfach was anderes. Gut, und ja, jetzt haben wir Fuzzy K-Means und der berechnet uns die CJ, je nachdem, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Datenpunkt dazugehört. Schauen wir uns das Ganze nochmal als Grafik an. So, hier haben wir mal wieder zu wenig Datenpunkte, wie wir sehen können. Und jetzt sagen wir einfach mal, unser Zentrum liegt, ähm, hier. So, und jetzt sagen wir, okay, ähm, also unser erstes Zentrum liegt hier, unser zweites Zentrum liegt hier und je weiter unsere Zentren voneinander, äh, von den Datenpunkten entfernt sind, desto weniger betrachten wir sie. Also dieses schwarze Teil hier wird sehr, sehr stark in die Berechnung von unserem CJ bei der nächsten Iteration eingehen. Das hier auch noch sehr stark, das hier schon ein bisschen weniger und die roten werden relativ schwach nur eingehen. Ähm, das liegt daran, dass wir hier eben durch diese, ne, wo ist es, durch diese Wahrscheinlichkeit, äh, durch die Distanz geteilt haben in der Wahrscheinlichkeit, dass es dazugehört. Okay? So, und hier ist es genau umgekehrt. Hier ist der rote Datenpunkt relativ nah, das heißt, der geht relativ stark wieder mal in die Berechnung ein. Der hier schon ein bisschen weniger, der hier noch ein bisschen weniger und der hier, der rote Punkt hier, geht schon schwächer in die Berechnung von dem Mittelpunkt ein als dieser schwarze hier. Denn der schwarze ist näher an dem roten dran, äh, an dem Mittelpunkt dran als der rote. Ja, ähm, deswegen immer schauen, dass ihr genug Daten habt, sonst wird es auch hier nichts, aber man kann hier schön sehen, wie das Ganze funktioniert. Rechnerisch würde ich euch jetzt einfach mal empfehlen, sucht euch ein Beispiel aus und geht den Algorithmus mal selbst durch. Macht es einfach mal mit ein paar Daten, das sprengt leider den Rahmen hier absolut. Denn wenn ich das jetzt hier mit ein paar Daten mache, dann sind wir hier noch 20 Minuten dran. Aber es ist wirklich eine super Übung und ich würde es euch stark empfehlen. Alles klar, dann war es das für heute mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ciao!